Moin Leute! Willkommen zu dem Projekt Resident Evil 2. Das Remake ist bei mir gerade eben eingetroffen. Ich habe es reingeschoben und ich habe schon ein paar Testaufnahmen gemacht. Es läuft alles flüssig durch. Ich bin so gehalten gerade. Was glaubt ihr mir nicht? Wir starten direkt durch mit Resident Evil 2. Okay, Kampagne. Neues Spiel. Leon S. Kennedy. Nach... Warte. Man sieht das ja gerade nicht. Stopp. So. Nach tagelangen Funkstille von seiner neuen Stelle in Recon City fährt Leon S. Kennedy hin und nachzusehen erartig von dem Albtraum, der ihn erwartet. Ja, Leute. Ähm. Ich sage so. Das wird auf jeden Fall sehr geil werden. Hier starten die Story. Million S. Kennedy. Ähm. So. Assistiert. Standard. Ja. Ein Assistiert-Modus ist halt Zielhilfe. Teilweise Autoerholung der Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das so... Ah. Ich bin immer so am Schmerzen, weißt du? Hinterkommen wir dem Spiel gar nicht weiter und dann können wir dann... Jedes... Das ist das, was ich von früher kenne. Kein Auto speichern, stärkere Gegner. Aber... Lass es den normalen Spielmodus spielen. Recon City. Eine Industriestadt im Herzen Amerikas. In der Leon S. Kennedy seinen Dienst als Polizist antreten sollte. So schnell kann ich nicht lesen. Ohne Witz. So schnell kann ich nicht lesen. Oh. Ich bin ehrlich, okay? Ich sah das aus meinen eigenen Augen. Oh. Ich glaube dir, buddy. Ich glaube dir. Genieß die Show. Tell uns eine Story. Tell uns eine Story. Okay. Well. Es war letzte Freitag Nacht. Ich war nach Hause von der Bar. Und diese Frau kamen zu mir. Sie war staggernd, du weißt? Ich dachte, sie war drunter. Oh. 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 Okay. Tell uns. Be ehrlich jetzt. Wie viele Drinks hast du gehabt? Oh. Oh. Man. I... I barely had a buzz on her. Oh. Come on. Oh. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You gotta see her eyes. Her nose. Her whole face. It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right. Calm down, buddy. Calm down. Just... Hey. You gotta stay strong. Okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah. Well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink to a piece of you. I'll stop the accident, buddy. Oh, come on. It's just getting good. I need some sleep. Oh, shit. Nein, 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 nein. Was mache ich? Was mache ich? Wenn ich erwerbe würde ich ihn mal hinten hineingucken. Unser guter Leon. Guckt euch mal den Namen an. Wie guckt der aus? Glaub ich nicht so. Niemand ist da draußen. Das ist witzig. Da bin ich wieder. So. Da muss ich doch mal hin. Spritten können wir mit L3. Eure Stick natürlich. Wenn du mal das Innenleben wirst. Hallo? Ist jemand da? Ich habe irgendwas gehört. Also es hat sich nicht besonders gut angehört würde ich mal so. Wir haben auch keine Waffen oder? Ach Leon. Keine Pistole, nichts. Kein Messer. Kein Messer. Ich bin wieder. Ich komme zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich bin wieder zurück. Ich habe das. Das ist 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 das. Ich habe Hunger gehabt. Ich schiessen. Sonst. Ich schieße. Wird auf die Beine zieler. Oh yeah. Sehr appetitlich. Lebt unser Kollege noch? Ne. werden besser ausschalten und schluss in wenn wir schon genug von früh genug herausfinden kannst du dich liegen bleiben ja ja ich ruhig ich habe nur noch zwei schuss noch mit zombies gefällt mir ganz und gar nicht unser kollege hat es auch erwischt richtigen moment sind beide reingelaufen perfekt lass es auf schnellsten weg hier raus raus und da das knapp holy moly ich würde raten wir verbiessen uns indem wir schnell in die jeep jump oder aber ich lasse es die facebook mal vorhanden ist besser für euch weil das sind so viele kc nicht dass da machen nur eine kurz wäre aber sind mehrere drin als ich gedacht habe aber wir haben es gut überlebt hopefully they'll have some answers at the police station what you're cop yeah we have kennedy you are clear clear right field live around here no looking for my brother he's a cop too well it's a good thing we found that sounds right what you expect anymore kräftigen groß draußen willkommen zu meinem neuen let's play projekt auf meinem kanal wo es in ewe 2 das wimac grafik sieht richtig geil aus da schon überall gänsehaut ich freue mich schon so dermaßen drauf was denn ewe 2 und wir kommen diesen geilen projekt an alle einwohner das denkst du ich bin da nicht so von überzeugt von guter leon es sieht aus wie wir gehen von hier es sieht aus wie wir gehen von hier jetzt das wäre in ventur die option das zu die wir werden von dieses ding überrannt Oh shit, ey! Los! Das sieht doch nur bewusstlos, der Junge. Oh, hoh, 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 hat das gezwebelt. Oh, oh. Schnell, aus, ey, geh. Benzin läuft schon raus. Los, los, los! Oh nein! Clear! Oh nein. Oh, oh yes. Claire, Claire, bist du okay? Ja, ich bin okay. Was ist denn? Ich will mal so behaupten, wir leben noch. Aber das kann sich schnell das Blatt wenden. Wir sind vom Feuer und von Zombies und... Wir sollten uns am besten hier durch... irgendwie durchkämpfen? Nein! Durchrennen. Wir haben nur zwei Kugeln. Was wollen wir denn mit ausrichten? Warte, 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 warte. Da lang. Oh, geil gemacht, das Café. Ohne Witz. Detailliert alles. Oh, das. Die Zeitstation. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Schnell. Ganz schnell. Vor uns zum Souverentum. Ah, hier komm ich nicht weiter. Hm, keiner mit Rüstung war noch. Das ist gut. Duaaahhh. Wollen wir hier durchfahren? Ich halte dir die Tür. Schnell. Move, move, move. Jungs. Komme ich in die Gänge. Jetzt, guck dir erst mal ein bisschen sicherer. rpd welcome polizei denn ich kenne munition den abschnitt kennen wir von der demo her umgebung erkunden aber wir hatten komplett andere kleidung an wir waren nicht so durch nest herz hilfespray aber auf jeden fall mit so munition oh jesus kreis aber gleich machen wir gleich ja die sind noch an kämpfen wir ankommen ist ja schon eh schon matsche ich bin dafür dass wir erstmal einmal abspeichern gespeichert perfekt das rätsel kümmern wir uns später drum weil das wird ein bisschen kniffliger ich kenne das rätsel gar nicht ich kenne den zweiten teil gar nicht deswegen habe ich null informationen darüber wie es überhaupt weiter geht ich musste doch hier unten da unten der eine gang da ja genau genau musste das tor hoch machen der rücken schalter um überhaupt da weiter zu kommen der rücken 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 rücken ich will gar nicht wissen wie das bei veteranen aussieht mit dann wahrscheinlich sehr crazy sein Ja, komm. Ja, komm, Junge. Komm, du schaffst das. Probe mit den Scharren. Jo, voll super. Ja, hat er da super gemacht. Ähm, ja. Warte, 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 warte. Was geil wäre, wenn man hier so und so könnte, alles noch lesen könnte. Ähm, ich glaube, das war bei West-Ivo-7, da kommt man nämlich schön ran so, man konnte alles sehen. Aber sehr geil. Ich glaube, ich habe es ja auch zu Demo, aber Demo und die Vollversion natürlich ist ja total etwas anderes. Ich habe schon so oft gehabt, dass in der Demo komplett, alles komplett anders war und dann in der richtigen Version waren da komplett andere Dinger oder komplett andere Gegner. Habe ich schon alles miterlebt, deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig. Auch mit seinem Outfit. Das ist ein komplett anderes Outfit, das er jetzt trägt. Ja, das ist eigentlich aber wahrscheinlich ich kann das später ändern. Ja, ich bin ja schon da, man. Beruhig dich. Wo sie aus. Okay. Give me your hand. I got you. Give me your other hand. Oh man. Nein, nein, nein. Das ist echt witzig. Im Teesbuch eines Polizisten. Okay. Das kennen wir ja schon. Da ist die dösige Statue mit diesen komischen drei Symbolen. Da müssen drei Medaillons rein. Ich weiß nicht welche, wo wir die herbekommen oder sonst was. Keine Ahnung. Also werden wir nachher noch rausfinden genug. Aber wenn wir das geschafft haben, ist geführten Eingang unterirdisch und der führt Tita wieder hoch zum Ausgang. Aber das wird noch ein langer Weg. Moment mal. Es sah doch das jetzt mal komplett anders aus. Aha. Moment mal. Ein Medaillons. Interessant. Ein Medaillons. Einer ist in der Statue drin. Der andere ist in einem Einhorn. Der andere ist in ein Schild des Tigers. Das ist ein Schild Einhorns oder das Starstellen soll. Und auf jeden Fall ist unser Officer hier tot. Wir sollten aus schnell sein. Wir sollen uns hier verpassen. Ja, da kommt die Mann. Alter, wie viele Schüsse hält der denn aus, Junge? Ja, ja. Da kommen wir nicht durch. Oh, kein Ausweg. Nein. Ja, komm. Geh mir. Ah, nein. Beide weg, ey. Nein. Gut, dass er in so einem Pausenbüscher bist. Zieh oben weiter. Schnell hier raus. Komm, behaltet Leon. Leon. Komm, schnell. Oh, nein. Stoppsel. Oh, ja. Das ist ein knappes Ding, ey. Ja, ich hoffe, das ist der erste. Konnte nicht retten. Tut mir leid. Schön in der blutbefleckten Hand rein. Ich bin sicher, dass du, was du konntest, Leon. Alter. Hat es ein besseres gekriegt. Jetzt haben wir uns unsere vernünftige Ausrüstung. Ja, Leon, das ist alles, das importa. Okay, Lieutenant. Ich bin bereit. Ich hoffe, dass du einen Weg aus dieser Station finden kannst. Der Officer, den du früher kennst, Elliot. Er dachte, dass dieser secret Passage möglich ist. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, über den, äh, der Eingang. Das ist gute Nachrichten. Wir können dich ins Krankenhaus bringen. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde dich nicht einfach hier verlassen. Ich gebe dir einen Ordner, Rucki. Du schaffst dich erst. Ich komme mit dir, aber ich werde dich schlafen. 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 Jetzt, du brauchst das. Ich kann nicht das... Du siehst, du siehst, oder du rennst. Entstanden? Ja, Herr. Kampfmesser halten. So, wir werden ja im Winter ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Kann zum Kontern eins verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wieder erlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. So, damit können wir aber... ...Statue, so ein Stein... ...eine andere Statue. Blutspulen. Wir führen die da rein, glaube ich. Ne, so muss auch nicht der erste Tag anfangen, aber... Good luck, my friend. Wirklich. Viel Glück. Wir dürfen in Kars spielen. Halleluja. Oh, ein Kräutschen! Wunderwitz. Hallo? Warum? Ich frage mich doch nur, was das in der ersten Teil. Schönes Kraut. Okay. Heilkräuter. Oh. Warum stehen Heilkräuter im... äh... Polizeirevier rum? Das ist die Frage der Fragen. Das frage ich mich schon lange. Ich habe es aber nie angesprochen. Wolltest du die hinterfragen? Ja, sehr köstlich. Das ist sehr appetitlich. Und das war nicht eines dieser Zombie-Viecher. West war... ...eins der höhere Level. Guck mal, was der mit dem Officer gemacht hat. Das ist schon... Er hat den verbogen... ...und ihn damit aufgespießt. Er hat auch noch vorher abgebrochen. Wer sich mit Westen-Ever auskennt, der weiß, dass es diese Krabbe-Viecher sind. Das ist... ...quadrat... ...nein... ...Pik? Ich glaube, Pik. Nee. Das ist ein Kleeplatz-Symbol. Verstehe ich immer noch nicht, was wir hier mit diesen... ...einsetzen sollen. Wir gehen weiter. Wir stören uns an diesen Viechers gar nicht. Hier ist die Tür, schließt sie. Weiter gehen. Können wir uns nicht mit jedem Viecher aufhalten. Da haben wir auf jeden Fall die Karte der Polizeistation schon mal. Sehr geil. Die Karte benutzt mit dem... Der Kartenbildschirm ist nicht so nützlich, um sich die gegenwärtige Position zu vergeben. Und er zeigt auch interessante Details, so wie... ...Richter, an die sie zwar gefunden haben, aber nicht aufgenommen haben. Das ist wirklich schon mal ein sehr geiles Gimmick. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr notwendig. Großes Statement zum ersten Teil früher. Wo wir die Karte gefunden haben und die Gegenstände aufgehoben haben, ...hat es trotzdem nicht geschehen, was das vorher war. ...gefunden haben und nicht aufgehoben haben. Da muss man sich immer im Kopf nachdenken. Dort war das, dort war dies. Das haben wir schon wieder das Gimmick. Das hat halt alles schon gespeichert müssen. Das ist schon mal sehr geil. Komm gleich. Na komm. Komm. Oh, mein Gott. Verhaltenes Bericht. 25. September. Aufgrund des Polizeieblösen Aufbruchs haben wir in der Polizeistation einen Schutzunterkunft eingerichtet. Ziemliche Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Während wir so viele wie möglich unterbringen versuchen. 25. September. Zusatz. Eine der Zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei ein Beamter getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefressen. Wir vermuten, dass es ihm aufgrund des... ...enormen Stresst. ...enormen Stresst. ...enormen Stresses? Nein. ...die Nerven durchgegangen sind. Genau. Und weil mir die Nerven durchgegangen sind, fresse ich auf einmal irgendwelche Beamten und irgendwelche Zivilisten im Hals oder so. Nein. Negativ. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende kommen zwar hinter die Sicherheitstüren und flüchten, hier sind jedoch umzingelt und entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgestitten. Beziehungsweise September. Im Westflüge der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei sterben zwölf Personen. Es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. Geschrieben. Zitiert von David Ford. Das wird Zombie-Zombie sein. Wir gehen weiter. Das ist die Position. Aber auf jeden Fall wird. Du kannst mir nicht so dummes Ding. Du kannst mir nichts. Dich eine Zombies sind halb so schlimm wie laufend. Zombies kommen ganz langsam vor. Sehr langsam. Das ist hier richtig. Und wenn ich nicht. Ich bin mir sehr schraubt. Geh irgendwo weiter. Weißt das, wie? Geh weiter. der durchgang war versperrt bin den schlüssel die sache die auch alle leute die west sieben also was sie will kennen aus den alten teilen kennen wie von ich glaube den ersten teil war erster teil von code veronica auf jeden fall von code veronica holztür ich bin gerade sehr sehr vorsichtig ach ja ich bin auch in dussel hier hoch ich habe noch etwas aber hier ist auf jeden fall noch ein bisschen munition alle spieler draußen vorbestellt haben auf die beine schießen so verbraucht ihr nicht so viel munition und ihr könnt die viecher weg uns umfällig ein bisschen machen auf jeden fall war hier ein bisschen dafür eine schlüssel hatte haben das war auf jeden fall ein 1a schuss von mir schön auf den kopf wenn man den kopf richtig trifft ist alles gut schlüssel schlüssel auf jeden fall das system ist so gekrügelt dass wir das entsichern können ich habe die schlüssel karte nämlich haben aber das nämlich werden hier dann kommen wir jetzt die paar sachen die da vorne drin sind mal raus weg mit dir oh jesus das müssen wir wieder aufheben das können wir wahrscheinlich noch zwei dreimal benutzen das ist auch kaputt warte 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 bevor wir da weiter gehen gucken wir uns noch hier uns in diesem raum so wie weiß es hier oh man schießprufe schießprufe verwendung schießprufe kombinieren schießprufe hochwertiges schießprufe gelb gibt flinten munition nochmal hochwertiges gibt maschinengewehr munition gut zu wissen und wo gehst du mir die echte trockenzeile gut jetzt haben wir schon wieder ein bisschen munition gefunden das ist ein bisschen süß drauf ein bisschen komponente er hat nix nicht die tür nicht schließen dies war kombinationen haben wir nicht naja komm du mal her komm du mal her kleiner warte mal komm mal kurz runter ah wie geil ich liebe es ähm einsatzbericht 18. september 2.30 Uhr außer mir sind noch drei andere übrig keine waffen keine munition sehr 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 geil und zu viele schammützen haben uns geistig und körperlich ausgelaut die nennen die scham schammützel jetzt einfach zombies ist einfacher wir werden es nicht schaffen officer phillips hervorgestanden durch die kanalisation zu fliegen hier soll es noch einen tunnel aus den seiten des museums geben ich habe ihren forscher zunächst abgelehnt aber jetzt klingt es ganz gut gibt es da keine weise für den tunnel oder dafür dass die kanalisation nicht auch zombie vers- nee hast nicht in den ersten zeiten schreibt er irgendwas so eine schammütze und die schreibt er was so zombies entscheide dich mal zombie verseucht ist aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den tod warten ich werde auch versuchen mehr über diesen tunnel herausfinden Elliot Edward erster einsatz der anfängers hier hier und das kenn ich ok sie bekommen als ersten fall ach unser fall hier im offer öffnen sie ihr schreibtisch der schlüssel mit voll versteckt sich den in die teil warte mal in die thialien unseren vornamen geben sie die buchstaben in der ersten reihe von unserem schreibtisch ein es gibt zwei schlösser in die thialien in die thialien ein dann in unserer vornamen geben sie die buchstaben in der rechten reinforken unsere schreibtisch ein es gibt zwei schlösser einmal pro schreibtischseite öffnen sie beide Richtig gerade aufgehoben habe Edward Leutnant Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen verwirrt. 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 hier noch irgendwas ach hier schlicht hier noch park film ist bei so weiß material nicht liegen ich würde mal sagen ich verabschiede mich erst mal von euch jetzt sehen uns auf jeden fall bei der nächsten folge von us liebe 2s remake wieder abonniert auf jeden fall meinen kanal damit ihr nichts verpasst lasst einen geilen like da und ein kommentar natürlich und ich sag mal bis zum nächsten mal was besser und adieu euer zeit tschüss 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 tschüss